Hey, danke fürs Einschalten für diese kleine Sonderfolge. Vorab, das, was du jetzt hörst, ist kein April-Scherz, weil diese kleine Teaser-Folge am 1. April rauskommt, denn heute ist der Voting-Start des Deutschen Podcast-Preises 2022 und ich bin auch mit dabei in verschiedenen Kategorien, aber unter anderem auch zum Publikumspreis kann man mich voten und da bin ich natürlich auf deine Stimme angewiesen. Und ich würde mich ziemlich freuen und riesig freuen, das wäre ein innerliches Wohlempfinden und du sammelst Karmapunkte, habe ich mir sagen lassen, wenn du vielleicht für mich voten würdest. Wie du hinkommst, ist ganz einfach über den Link zum Deutschen Podcast-Preis, den du in den Shownotes zu dieser kleinen Mini-Teaser-Folge findest oder du klickst einfach auf www.deutscher-podcastpreis.de, dann auf Publikumspreis in der Menüauswahl, dann auf Lifestyle und dann unter B findest du mich dann ganz oben. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du vielleicht mir deine Stimme geben würdest, wenn dir das gefällt, was ich hier mache und mich supportest und ja, auch wenn ich vielleicht nur so eine Außenseite bin, aber trotzdem dabei sein, dass alles, jede Stimme zählt und vielleicht schaffen wir es ja auch, dass vielleicht so kleine, also in Anführungszeichen kleinere Produktionen vielleicht auch mal ein bisschen weiter vorne mitmischen. Also mach gerne mit, hinterlass mir deine Voting-Stimme auf dem Deutschen Podcast-Preis oder für den Deutschen Podcast-Preis und ich würde mich total freuen. Vielen Dank für deinen Support. Vielen Dank.